Schaut, was ich dafür krieg. Vom Druck und Schmerz des Lebens auf der Straße. Meine älteste Tochter sitzt im Jugendknast, den Heroinschmuggel. Mein Sohn sitzt auch. Er wird im September 21. Und das in ihren eigenen Worten. Das ist ein Vaterschuss, also bitte nicht nachmachen. Mehr hab ich nicht. So sehen Sie die Welt. Die Arbeitswoche der Dealer beginnt Donnerstags. Heute ist Donnerstag. Damit geht's los. Darum weiß ich, heute liegt die Kohle auf der Straße. Crack-Dealers Jette will heute Schulden eintreiben. Da gibt's Typen, die kriegen am 1. und 3. Kohle von der Sozialversicherung wegen Arbeitsunfähigkeit oder was weiß ich vorher. Ich kenn da welche, die kriegen Schecks und so. Die krall ich mir. Mach ich ja nicht zum ersten Mal. Nehmen wir mal an, die kriegen einen Scheck über 1000 Dollar, verstehst du? Und ich krieg raus, was die so an Rechnungen haben. Und dann mach ich den Druck. Und am 1. oder 3. oder 15. hole ich mir die Kohle. Ich mein, so läuft das hier, klar? Man muss ja nicht gleich alle abknallen. Ich zieh dem halt eins mit der Waffe über. Kapiert? Jette ist gut im Geschäft. Trotzdem kommt ihm schon mal was dazwischen. Ein wichtiger Anruf zum Beispiel. Mein Kumpel Blackboy hat angerufen. Der sagt, die Crips dissen rum. Das kann Jette natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wir haben kein Problem mit den Crips. Aber die können nicht einfach in unserem Revier auftauchen und hier Geschäfte machen. Die Crips loten die Grenzen aus. Jette muss handeln. Er fängt an, sie zu suchen. Die Straßen sind ein heißes Pflaster. Ein 12. So heißen die Bullen in Atlanta. Am Straßenrand hocken drei Jungs, die rausgezogen wurden. Ich hab Dope im Wagen, ne Knarre und kein Führerschein. Warum werde ich nervös, klar? Ich besorge mir einen Fahrer. Siete überprüft seine Waffe. Er will den Krips den Marsch blasen. Aber das könnte auch furchtbar schief gehen. Er wird unsicher. Ich spring mal in den Schnapsladen und hol mir was. Die Waffe ruft schlimme Erinnerungen wach. Ich muss verdammt noch mal was trinken. Meine Nerven sind schon lange nicht mehr die besten. Ich war 15, damals in den 90ern. Die haben meinen Kumpel June von meinen Augen abgeknallt. Und seither bin ich ein nervliches Wrack. Aber nachgeben will er auch nicht. Jetzt bin ich auf der Westside und suche da nach ihnen. Ich muss die jetzt echt schnell finden. Ich push mich hoch, wenn ich dran denke, was diese Typen da abziehen. Mein Kumpel verlässt sich drauf, dass ich das durchziehe. Und dann sehe ich ihn. Der Wichser da vorne. Ich habe nur gedacht, wie ziehe ich das durch und komme heil davon. Ich steige also aus und gehe erst mal da lang. Ich will ja nicht, dass jemand aufmerksam wird, weil ich da rumrenne. Ich schicke das Haus. Die Tür steht weit offen. Ob ich da drin zuschlagen kann? Ich sehe ihn und rede mit mir selber und überlege, wie mache ich das am besten. Immerhin ist es mitten am Tag. Ich sage mir, ich gehe nicht weg, ehe ich das durchgezogen habe. Und dann sehe ich eine andere Stelle auf der anderen Seite. Die Luft ist rein. Ich mache ganz schnell und dann nix wie weg hier. Und los. Los, 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 fahren los. Ich komme aus dem Haus, bin aber hinten, muss also ein ganzes Stück laufen. Und dann muss ich Land gewinnen und raus auf die Interstate. Ich brauche was zu trinken. Oh Mann, ich hätte gerne eine zweite Chance. Aber ich mache das jetzt schon viel zu lang. Seit ich 14 bin. Ist immer schlimm, aber... Es gibt nur eine Sache, die mir echt wichtig ist. Meine Kids sollen nicht denselben Weg einschlagen wie ich. Die sollen bessere Menschen werden. Bessere Menschen als ich. Die Sorge um seine Kinder muss warten. Im Moment hat Zierte größere Probleme. Habe ich wen getroffen? Sind die jetzt abgehauen? Was ist passiert? Habe ich keinen verletzt? Und sind die trotzdem weg? Weil das war eigentlich der Plan. Donnerstagnachmittag im geschäftigen New York City. Drogendealer Boss Maus auf seinem täglichen Arbeitsweg. Er ist vorsichtig. Ich habe keinen festen Dienstplan. Ich fahre hier zufällig wo vorbei. Ich bleibe auf den Hauptstraßen. Wegen der Weiß-Blauen. Sicherheit ist das A und O für mich. Viele Leute in diesem Geschäft werden bequem. Und bequem heißt faul. Und wer faul ist, fällt auf die Schnauze. Maus ist der Chef einer Bande, die Gras- und die Partydroge Molly vertickt. Ich habe noch mehr, du kannst nächste Woche zahlen. Super. Groß an die Familie. Cannabis ist das Hauptgeschäft. Aber dann kamen die Party-Favers auf. Und es war klar, da sollten wir mitmischen. Das geht gut. Die Bande ist genauso aufgebaut wie ein richtiges Unternehmen. Ich bin der Boss. Major ist der Geschäftsführer. Er hat Großes vor, macht aber eher dummes Zeug. Ich bin der fröhliche Typ. Mausi der Ernste. Der ist total auf Business und so. Der braucht echt, echt eine Pille, um runterzukommen. Mario ist ein Arbeiter. Ein Kind, das kaum Ahnung hat, was abgeht. Wir ziehen ihn mit und formen ihn noch. Guter Junge. Braucht Führung. Maus trifft sich täglich in einem Safe-House mit seinen Leuten, um sie mit Stoff zu versorgen. So, Mausi ist da. Und schaut mal nach Major und Mario. Mausi macht immer so mit dem Schlüssel rum. Das hasse ich ja. Weil, weißt der nicht, wie man reinkommt? Ich will die nur wissen lassen, ich bin's. Wenn man dieses Klopfen hört, weiß man, der gehört zum Rudel. Wenn nicht, macht man eh nicht auf. Dann öffnet man die Tür. Maus bringt eine frische Ladung Gras an. Ich hab euch das schon eingetütet. Müsste mindestens für einen Tag reichen. Wie viel ist das? Das sind 10 Pi's. Das sollte wohl für heute reichen. Ihr wisst ja, Donnerstags gehen die Party-Favers weg. Dann schafft das jetzt mal raus, unter das Volk. Und wenn was ist, ruft ihr an. Verstanden? Wie, du rauchst kein Milch? Erst die Arbeit. Klar. Kaufen, chillen, relaxen. Maus befürchtet, dass Major das, was er verkaufen soll, selber wegkifft. Major kifft viel zu viel. Er nimmt, was er von mir kriegt und zahlt dafür, um es selbst zu rauchen, anstatt es an die Kunden weiterzugehen. Moment mal, vielleicht kiffe ich echt ein bisschen viel, aber das fühlt sich so gut an. Ich bin der Witzbold, bin gerne Hai. Die Truppe von Mrs. G besteht aus lauter Abhängigen. Mrs. G und Mr. G und ich, wir kennen es schon so 15 Jahre. Wir haben unsere eigene Stammkundschaft. Unser 5, 6 Mal pro Woche treffen wir uns, schmeißen unser Geld zusammen und beschaffen uns, was halt geht. 7 Gramm für Mr. G. Er hat schon gezahlt. Wir arbeiten getrennt. Ich mische mich nicht bei denen ein und die sich nicht bei mir. Mr. R. ist schwerstabhängig. Ohne Hände. Keine Bremsen. Er ist mit dem Rad unterwegs und braucht zwischendurch regelmäßig Meth, um zu funktionieren. Erst habe ich es genommen und dann vertickt. Mit Meth habe ich die Kraft zu tun, was ich eben so tun muss. Schöner Tag. Wenn ich so rumpf war, habe ich ein Viertel bis ein halbes Kilo dabei. Entschuldigung. Mehr habe ich nicht. Wenn die mich kriegen, wenn ich gerade von einem Lieferanten komme, gehe ich wahrscheinlich echt lange in den Bau. Doch nicht nur seine Abhängigkeit stellt ein Risiko dar. Um seiner Sucht gerecht zu werden, beklaut er andere Dealer. Darum kann er selbst nicht mehr dealen. Wir sind ein bisschen wie Kapper und Kapper. Ich hänge die meiste Zeit mit Dealern rum und er will Dealer in erster Linie ausrauben. Man kann nicht gleichzeitig ein Dieb und ein erfolgreicher Dealer sein. Sein durch die Droge unberechenbares Verhalten sorgt für Spannungen, die manchmal außer Kontrolle geraten. Du würdest doch alles tun, um dran zu kommen. Ja, da hast du recht. Es macht dich krank, wenn ich mal ein paar Kröten verdiene. Du hast mich doch. Du tust doch auch nur so, als wärst du mein Freund, damit du mir in die Suppe spucken kannst. Und dann tust du so, als wärst du bloß ein Versehen. Denkst du das wirklich? Allmählich ja. Ich fühle mich betrogen. Im Drogengeschäft habe ich mir selbst den Ruf ruiniert. Die Leute mit Drogen wollen mich nicht mehr sehen. Wer mehr als vier Gramm dabei hat, lässt sich nicht mehr auf mich ein. Sie ist die einzige mit mir, die sich noch mit mir trifft, weil sie weiß, dass ich sie liebe. Trotzdem schweißt sie das Geschäft zusammen. Jedenfalls noch. Du bist der echteste Mensch, den ich kenne. Und ich bin keine echten Menschen gewöhnt. Tut mir leid, wie ich dich behandle. Ich meine das gar nicht so. Echt? Bitte denk drüber nach. Weil langsam glaube ich, ich habe keinen einzigen Freund mehr. Ich meine das gar nicht so. Ich will das gar nicht. Tut mir leid, dass du so empfindest. Am Freitagabend schiebt Major Nachtschicht. Er freut sich schon auf den Mix aus Arbeit und Vergnügen. Partydrogen gehen gut, darum gehe ich am Wochenende gern aus. Die Mädels sind ganz heiß drauf. Lieben das Gefühl, dass sie davon kriegen. Sobald das nachlässt, wollen sie immer mehr und mehr davon. Darum brummt der Laden. Das Zeug macht total süchtig. Er vertickt Molly. Um Mitternacht hat er nichts mehr. Mit so einem Scheiß muss ich klarkommen. Wenn Mausi nichts mehr hat, habe ich keine Drogen mehr. Mausi ist nicht ans Telefon. Ich brauchte Partydrogen und musste mir die halt besorgen. Er kann nicht mehr warten und kauft woanders. Major macht sich selbstständig. Schaut mal, was ich da habe. Molly. Mausi bringt mich um, wenn ich es nehme. Wenn man es mit einem fremden Produkt versucht, ist das vielleicht nicht so stark. Das senkt unseren Marktwert. Das geht gar nicht. Aber ich habe was gebraucht. Mausi hat sich zu viel Zeit gelassen. Das hier ist ein Dab. Das heißt, das sind 20 schnelle Dollar. Insgesamt habe ich 500. Die Nacht gehört mir. Das habe ich schnell weg. Major verstößt gegen alle Regeln. Doch er hat nur das Geld im Sinn. Er betritt die neon erleuchteten Straßen. Die Nacht hat sich gelohnt. Major hat mehr als nur Gewinn eingefahren. Das war eine verrückte Nacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich darf es nicht verraten, aber ich habe es gemacht. Na ja, ich war halt mit so einem Mädchen zusammen. Wir hatten Geschlechtsverkehr. Was ich gemacht habe? Ich habe die Tussi verkauft. Und das dafür gekriegt. Morgen Nacht wird es so geil. Major hat das Geld in einen großen Beutel Molly investiert. Maus macht sich allerdings Sorgen, dass Major leichtsinnig wird. Für mich ist das ein junger Typ, der zu schnell zu weit vorprescht. Ich habe ihm gegeben, womit er zurechtkommt. Aber manche wollen mehr, als sie tragen können. Und so einer ist Major. In Atlanta holt Siete seinen Fahrer ab. Meine Fahrerin Finesse, die macht es wegen der Kohle, klar? Siete wollte, dass ich ihn rumkutziere. Ich habe gehorcht. Er schafft mir was an und das mache ich. Da bin ich richtig gut drin. Nur so kann ich als Frau in dieser Welt überleben. Allerdings ist in Siete's Welt nichts einfach. Finesse lebt in einem Bordell. Das ist ein Hubenhaus. Die Mädels kommen von der Straße. Das sind Prostituierte. Die drücken 10 Dollar für ein Zimmer ab und haben dann da drin Sex. Ich kümmere mich ums Haus. Kochen, putzen und schauen, dass alles sauber ist. Doch gibt es da ein Problem? Was gibt's, Pop? Was hast du da? Pop kann Siete nicht ausstehen. Hör mir gefälligst zu. Pop ist völlig durchgeknallt. Wenn der zu viel Bier trinkt, geht der auf alles und jeden los. Mach, was ich dir sage. Mai oder Ketchup? Ketchup, mach mein Essen fertig, bevor du gehst. Pop hält mich für seine Frau und ist auf jeden anderen Mann an meiner Seite eifersüchtig. Wenn du das nicht kochst, schiebe ich dir die verdammte Schüssel in den Arsch. Er will nicht, dass ich weggehe. Ich soll die ganze Zeit hier sein. Er ist ein besessener Kontrollfreak. Jetzt gehen die. Siete und Finesse machen sich auf den Weg. Die wissen, Pop vergisst nichts. Pop lässt mich nirgends hin. Wie jetzt? Ich darf nie aus der Scheißhütte raus. In Portland treibt Mr. R. mit dem Fahrrad die Schulden ein, die seine Kunden vergangene Nacht bei ihm gemacht haben. Normalerweise leiche ich ja keinem was. Und die haben auch nur einen Tag Zeit, um das zurückzuzahlen. Wenn die das nicht tun, hat das Konsequenzen. Mr. R. sucht nach einem Kunden, der ihm noch was schuldet. Ich bin am Hafen und suche nach diesem Herrn und plötzlich taucht er zufällig neben mir auf. Ich halte an und frage nach meiner Kohle. Überraschung! Wo ist mein Geld? Gestern war es ja echt dringend, was? Was schuldest du mir? 80 Mäuse. Coole Satteltasche. Der Mann hat kein Bargeld bei sich. Mr. R. ist das egal. Ach, aber wenn du was brauchst, dann nimmst du es einfach. Ey, das kapiere ich nicht. Aus Angst, seine Meth-Quelle zu verprellen, übergibt ihm der Mann seine Sachen. Das war's. Der hatte keine Kohle dabei, also habe ich mir sein Zeug geschnappt. Was ist das? Nichts, eine Festplatte? Es ist kein Problem für Mr. R. seine Beute schnell zu Geld zu machen. Ich hoffe ein paar Leute an. Kann ich an jeden verkaufen. Sowas ist gefragt. Und sobald du zahlen kannst, rufst du gefälligst an. Nicht gut, Mann. Für Mr. R. bedeutet das zusätzliche Laufereien. Doch das ist es wert. Ich hab das Zeug verkauft und dreimal so viel gekriegt, wie er mir geschuldet hat. In New York macht sich Maus unterdessen über einen neuen Geschäftszweig schlau. Ich will los, mich um ein neues Projekt kümmern. Wir bauen jetzt an. Wir haben eine neue Sorte entwickelt. Blue Sour. Eine Kreuzung aus Blueberry Cush und Sour Diesel. Wir lernen aus Versuch und Irrtum. Wir sehen das große Ganze. Vielleicht wird der Anbau New York legalisiert. Und dann wollen wir bereit sein. Der nächste Halt. Das Trap House. Maus, seine Nummer zwei, hat gegen noch eine Unternehmensregel verstoßen. Ein paar Leute haben sich beschwert. Bin nur mal reingeschneit, um schnell mit ihm zu reden, ob alles fein ist. Hi. Bitte sag, du hast was. Ich bin nur deshalb hier, Bruder. Echt? Lass uns schnell machen. Das müsste dir doch für zwei Tage reichen. Los, schau's dir an. Ich will mir also gerade eine Tüte bauen, aber er will mir unbedingt noch einen Text reindrücken. Ich will mit dir reden. Jemand hat sich beschwert. Ich sag dir was. Du sahnst zu viel ab. Hör auf damit. Tue ich nicht. Absahnen bedeutet Betrug am Kunden. Ich zeig dir jetzt mal, wie wir das machen. Und darum haben wir Erfolg. Sieh her. Genau so muss deins ausschauen. Er macht fette Portionen. Ich tue immer nur gerade genug rein. Er macht sie froh, ich jetzt nicht so. Ich mach damit lieber Geld. Du gibst denen zu viel. Mach dir mal darüber keinen Kopf. Du sorgst nur dafür, dass alles glatt läuft. Und wenn ich dann keine Klagen höre, hast du auch kein Problem. Die Leute erwarten was Bestimmtes. Die Leute wissen, was sie von uns kriegen. Sie kennen die Menge und den Preis. Er meint, so halten wir unsere Kunden. Und dann läuft der Laden. Für mich sieht es nach einem Verlustgeschäft aus. Ich kann da mehr Profit rausholen. Und das hält er mir vor. Er kann das aber nur von Leuten haben, die sich beschweren, dass das Tütchen nicht so groß ist, wie sie es von ihm gewohnt sind. Denk dran, ich werde nicht immer hier sein. Ich hau bald ab. Und dann gibt es nichts mehr einfach so. Dann musst du es dir verdienen. Klar? Mausi sagt immer, er macht das nicht bis in alle Ewigkeit. Und dass er mir das alles überlassen wird. Er behauptet, er hätte mich geformt. Er will mich formen, bis ich so bin wie er. Alles klar, red nicht weiter. Aber du hast kapiert, was ich dir gezeigt habe. Die will ich genau so. Schon gut. Ich habe auch so angefangen. Aber jetzt geben wir 100%. Darum sind wir, wer wir sind. In Atlanta erledigt Zierte die Samstagabendlieferungen. Samstag ist mit am meisten los. Da wollen die Typen abdrehen und mit den Weibern Party machen. Oder durch die Kneipen ziehen. Verstehst du das? Ein paar Mädchen hat er schon auf dem Rücksitz. Die Party hat schon angefangen. Die Weiber sind auf Molly. Die haben Musik aufgedreht und sind schon am Tanzen und so. Die sind schon fett dabei. Zierte will seine Verkaufstour starten. Doch es kommt was dazwischen. Es gibt Ärger im Bordell. Ich fahre also zu Pop. Und gehe rein, nachdem er mir einen Ziegel aufs Auto gedroschen hat. Was redest du? Was ist denn los? Was soll das werden? Pop tobt. Er wird sein Messer rausholen. Weil keiner ein Bier holt, dreht er total durch. Raus aus meinem Haus, verdammt nochmal! Dieser Samstagabend wird gerade ungemütlich. Halt mich ab! Er hat ein Messer! Bordellmanager Pop ist sturzbetrunken und rasend vor Wut. Ich stech dich damit ab, Mann! Ich kann nicht zulassen, dass der mich absticht. Sowas hatte ich schon mal. Das war nicht schön. Sag ihm, er soll nicht! Was ist denn los? Hey, Leute! Was denn? Sag ihm, du willst doch gar nicht! Er lebt es! Raus hier! Er glaubt, ich will was von Finesse. Das glaubt er von jedem, verstehst du? Er will doch nur helfen, Geld zu machen. Für dich! Dir egal! Ich bin der Mann im Haus! Er war eifersüchtig. Er will nicht, dass ich was mit einem anderen mache. Was willst du? Ich bring dich um! Du kitzst mich nicht! Ich reiß den Arsch auf! Ich hab's verkackt. Ich bin sauer geworden. Er ist sauer geworden. Ach, komm! Er provoziert ihn! Was? Was? Hey! Was willst du? Er reißt ihn und macht alles noch schlimmer. Ich bin auf Abstand geblieben. Und gleichzeitig hab ich ihn aber auch geärgert. Ah, feige Sau! Große Klappe, nichts dahinter! Was jetzt? Leg das hin! Daddy, das meint er nicht so! Leg das hin! Er meint's nicht so! Leg's einfach hin! Schließlich hat Siete genug davon, den 87-Jährigen zu reizen. Zusammen mit Finesse macht er einen schnellen Abgang. Wo, komm her! Und du, verschwinde! Zwar wurde er nicht niedergestochen, doch das große Samstagabendgeschäft hat ohne ihn stattgefunden. Die Lebensumstände in seinem Viertel ziehen Siete runter. Das Geschäft ist völlig unberechenbar. Da braucht er zwischendurch mal eine Pause. Im Leben geht's nicht nur um Weiber und Striplokale und Saufen und so. Manchmal muss man auch einen Gang runterschalten können und so Familienkram machen. Siete fährt mit seiner Freundin zum Lookout-Mountain, einem geschichtsträchtigen ehemaligen Kriegsschauplatz. Ich stehe auf Natur und ich stehe auf Geschichte. Da lerne ich gern was dazu. Das ist meine Art abzuschalten. Ich hab zwar nicht viel Zeit für sowas, aber wenn ich's tue, genieße ich's total. Ich hab schon oft davon gehört. Da tobt dem amerikanischen Bürgerkrieg eine Schlacht. Da gibt's ne Höhle. Und sowas gibt's in meinem Viertel nicht. Ich war noch nie in der Höhle. Ich will einfach nur mal in einer gewesen sein, kapiert? Einfach nur, um zu sagen, ich war da. Das interessiert mich halt. Das Stilen scheint weit weg zu sein. Siete denkt über seine Zukunft nach. Ich wünsch mir, ein ganz normales Leben zu führen. Und solche Sachen öfter machen zu können. Weißt du, den ganzen Kram hinschmeißen und alles auf die Reihe kriegen. Ich hab mir so ein Leben echt nicht erträumt. Ich wollte mal was erreichen. Ich hatte mal Ziele. Aber da, wo ich herkomme, da landet man halt irgendwo und muss zusehen, dass man irgendwie überlebt. Allerdings ist die nächste Woche auf der Straße schon in Sicht. Ist nur ein kurzer Ausflug. Ich muss schnell wieder zurück und sicherstellen, dass es in meinem kleinen Reich weiterläuft. Ich kann sicher, dass mein kleines Empire richtig läuft. In Portland stoßen Mrs. G. und ihre Leute am Montagmorgen an ihre Grenzen. Wir haben fast nichts mehr. Echt scheiße. Jetzt wird's ernst. Stimmt. Alarmstufe Rot. Ihren Wochenendvorrat haben sie verkauft. Jetzt liegen alle zusammen, um noch eine Ladung Meth kaufen zu können. Wir wollen am Tag ein paar tausend Dollar machen. In der Woche so um die 14.000. Trotz der hohen Gewinne. Drogenmissbrauch und das Dealen fordern ihren Tribut. Ich erwisch mich dabei, dass ich melancholisch werde. Man nimmt dieses Tütchen in Empfang und weiß, deswegen hatte man keine Zeit für die Kinder. Oder deswegen hat man keinen Urlaub mit den Eltern gemacht. In so einer Tüte steckt so viel drin. Die Kinder von Mrs. und Mr. G. sind in die elterlichen Fußstapfen getreten. Beide wurden von der Polizei geschnappt. Die Älterer sitzt im Jugendknast. Wegen Heroinschmubbel. Mein Sohn ist auch im Knast. Er wird im September 21. Irgendwie geht alles immer nur Berg ab. Ich tue, was ich halt so tue. Aber ich habe gar nichts und null Chancen, da rauszukommen. Passe, ich raubfe ihn aus. Entweder das, oder ich muss zu meiner Mrs. G. Und sie hat satt, mich an der Wacke zu haben. Und ich will keine Belastung für sie sein. Ich muss einfach in die Palette kommen. Mr. G. ruft seinen Sohn im Gefängnis an, der Drogendealer bestohlen hat. Das ist mein Sohn, von dem ich gerade erzählt habe. Was geht ab? Noch mehr zu? Wie geht's dir? Geht so. Kann schlechter sein. Könnte aber auch besser gehen. Ich komme klar. Sicher? Alles okay. Wie, ob es mir gut geht? Wie denn sonst? Klar geht's gut. Hast du einen Job? Ich bemühe mich drum. Aber Leute wie mich wollen die nicht. Ich muss auflegen. Echt? Halt die Ohren steif. Wo ist man? Sie ist oben. Aha. Tschüss. Schrecklich. Ich konnte ihm nicht sagen. Nein. Der New Yorker Wochenendboom ist vorbei. Schaut, was ich dafür kriege. Vom Druck und Schmerz des Lebens auf der Straße. Meine älteste Tochter sitzt im Jugendknast, den Heroinschmuggel. Mein Sohn sitzt auch. Er wird im September 21. Und das in ihren eigenen Worten. Das ist ein fetter Schuss, also bitte nicht nachmachen. Mehr habe ich nicht. So sehen Sie die Welt. Die Arbeitswoche der Dealer beginnt Donnerstags. Heute ist Donnerstag. Damit geht's los. Darum weiß ich. Heute liegt die Kohle auf der Straße. Crack-Dealers Siette will heute Schulden eintreiben. Da gibt's Typen, die kriegen am ersten und dritten Kohle von der Sozialversicherung wegen Arbeitsunfähigkeit oder was weiß ich woher. Ich kenn da welche, die kriegen Schecks und so. Die krall ich mir. Mach ich ja nicht zum ersten Mal. Nehmen wir mal an, die kriegen einen Scheck über 1000 Dollar, verstehst du? Und ich krieg raus, was die so an Rechnungen haben. Und dann mach ich den Druck. Und am ersten oder dritten oder fünfzehnten hol ich mir die Kohle. Ich mein, so läuft das hier, klar? Man muss ja nicht gleich alle abknallen. Ich zieh dem halt eins mit der Waffe über. Kapiert? Siette ist gut im Geschäft. Trotzdem kommt ihm schon mal was dazwischen. Ein wichtiger Anruf zum Beispiel. Mein Kumpel Blackboy hat angerufen. Der sagt, die Crips dissen rum. Das kann Siette natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wir haben kein Problem mit den Crips. Aber die können nicht einfach in unserem Revier auftauchen und hier Geschäfte machen. Die Crips loten die Grenzen aus. Siette muss handeln. Er fängt an, sie zu suchen. Die Straßen sind ein heißes Pflaster. Ein Twelf. So heißen die Bullen in Atlanta. Am Straßenrand hocken drei Jungs, die rausgezogen wurden. Ich hab Dope im Wagen, ne Knarre und kein Führerschein. Warum werde ich nervös, klar? Ich besorg mir einen Fahrer. Siette überprüft seine Waffe. Er will den Krips, den Marsch blasen. Aber das könnte auch furchtbar schief gehen. Er wird unsicher. Ich spring mal in den Schnapsladen und hol mir was. Die Waffe ruft schlimme Erinnerungen wach. Ich muss verdammt nochmal was trinken. Meine Nerven sind schon lange nicht mehr die besten. Ich war 15, damals in den 90ern. Die haben meinen Kumpel June von meinen Augen abgeknallt. Und seither bin ich ein nervliches Wrack. Aber nachgeben will er auch nicht. Jetzt bin ich auf der Westseite und suche da nach ihnen. Ich muss die jetzt echt schnell finden. Das ist wirklich schnell. Ich pushe mich hoch. Wenn ich dran denke, was diese Typen da abziehen. Mein Kumpel verlässt sich drauf, dass ich das durchziehe. Und dann sehe ich ihn. Der Wichser da vorne. Ich habe nur gedacht, wie ziehe ich das durch und komme heil davon. Ich steige also aus und gehe erstmal da lang. Ich will ja nicht, dass jemand aufmerksam wird, weil ich da rumrenne. Ich bin der Wichser da vorne. Ich check das Haus. Die Tür steht weit offen. Ob ich da drin zuschlagen kann? Ich sehe ihn und rede mit mir selber und überlege, wie mache ich das am besten. Immerhin ist es mitten am Tag. Ich sage mir, ich gehe nicht weg, ehe ich das durchgezogen habe. Und dann sehe ich eine andere Stelle auf der anderen Seite. Die Luft ist rein. Ich mache ganz schnell und dann nix wie weg hier. Und los. Los, los, los. Fahr los. Ich komme aus dem Haus, bin aber hinten, muss also ein ganzes Stück laufen. Und dann muss ich Land gewinnen und raus auf die Interstate. Ich brauche was zu trinken. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Und jetzt bin ich weg. Ich bin nicht weg.